Bhagavad Gita, Vers 2.52 Wenn deine Intelligenz aus dem finsteren Wald der Illusion herausgetreten ist, wirst du gleichgültig werden gegenüber allem, was gehört worden ist und noch gehört werden wird. Erklärung Es gibt viele Beispiele großer Gottgeweihter, denen die Rituale der Veden gleichgültig wurden, weil sie dem Herrn in Hingang bedienten. Wenn ein Mensch Krishna und seine Beziehung zu Krishna wirklich versteht, werden ihm natürlicherweise die Rituale fruchtbringende Aktivitäten völlig gleichgültig, selbst wenn er ein erfahrener Brahmaner ist. Shri Matavendra Puri, ein großer Gottgeweihter und Acharya, in der Nachfolge der Gottgeweihten sagt, O mein Herr, in meinen Gebeten preise ich dreimal täglich deinen höchsten Ruhm. Während ich mein Bad nehme, bringe ich dir meine Ehrbietungen dar. O Halbgötter, o Vorväter, bitte entschuldigt meine Unfähigkeit, euch länger meine Achtung zu erweisen. Nun kann ich mich, wo immer ich auch sitze, an den großen Nachkommen der Jade-Dynastie Krishna, den Feind Kamsas, erinnern, und so kann ich mich von allen sündhaften Bindungen befreien. Ich denke, dass dies für mich ausreichend ist. Die vedischen Riten und Rituale sind für den Neuling unbedingt notwendig. Er sollte dreimal am Tage aller Gebete sprechen, frühmorgens ein Bad nehmen, den Vorvätern seine Achtung erweisen, und so weiter. Aber für einen Menschen, der vollkommen Krishna bewusst und im transzentralen, liebevollen Diener beschäftigt ist, werden all diese regulierenden Prinzipien nebensächlich, weil er die Vollkommenheit bereits erreicht hat. Wenn jemand durch Dienst für den höchsten Herrn, Shri Krishna, die Ebene des Wissens erlangt, braucht er nicht länger die verschiedenen Busen und Opfer ausführen, die in den offenbarten Schriften empfohlen werden. Wenn man jedoch nicht verstanden hat, dass Krishna das Ziel der Veden ist und daher nur Rituale und so weiter vollzieht, verschwendet man mit solchen Beschäftigungen unnötigerweise seine Zeit. Menschen im Krishna-Bewusstsein überschreiten die Grenze des Shabta Brahma, das heißt den Bereich der Veden und Upanishaden.